Vielleicht müssen wir tatsächlich auch erst mal drinnen jetzt die Rune rumgefunden, bevor wir irgendetwas anders machen können. Ja, letztendlich macht sich ja auch bloß die Tür auf. Ah, vielleicht fragst du sie doch einfach ganz friedlich, dann müssen wir die Probleme selbst lösen. Ja, musst du einfach so nette Sit-In machen, irgendwie, so eine Sitzgruppe. Die da sagt mal so ein bisschen, was ihn bedrückt, so. So, da oben kommen wir nicht weiter. Auf jeden Fall ist das eine sehr angenehme Atmosphäre, um zu suchen, irgendwie. Nicht mit so einem beknackten Feuerknisch hinter ihm. So, man sucht auch immer so oben, irgendwie, vor allem war er doch auf dem Boden, also. Oder völlig woanders, kann das nicht sagen. Wir haben auch keine Rune mehr, das heißt, es muss irgendwo hier unten sein. Da wäre wohl. Das Schlimme ist, das kann sich ja wirklich durch was bilden, irgendwie, was neu an die Dame ist, irgendwie, das ist, äh, so ein Mindfuck hier, alles. Der Schatten der Sonne? Oh, oh, gute Idee. Der Schatten der Sonne? Da hab ich jetzt auch nicht dran gedacht. Erinnerst du ihn, in deinem Begriff zu schweigen? Oh, hier, 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 oh, 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 oh. Zum Pfosten vielleicht in Kombination? Juter Ansatz, Jogi, gefällt mir sehr gut, die Idee. Ah, don't. Nein. Zurück. Hoch. Links. Immer noch links. Also die Sonnenstrahlen hauen schon eigentlich ganz gut hin. Links. Weiter links. Das Ding, wenn er wird. Aber wir brauchen ja irgendwo quasi... Ach, da hinten an der Wand. Müssen wir die Kisten da vernichten? Die Kisten müssen runter, wa? Gehen wir da rechts? Hey du, meinst du wirklich die Sonnenstrahlen? Oder tatsächlich ist das hier hinten auch sehr vielversprechend? Irgendwie, wenn die Kisten weg wären. Dann würde das tatsächlich so abgebildet sein. Ja, weiter. Ah! Gehen wir mal runter? Vielleicht von unten? Ja. Jeder dran vorbei, bitte. An der Stufe. Na ne, man muss... Man muss wirklich glücklich oben stehen, wa? Ja. Man muss oben stehen. Er ist halt hier unflipst. Nicht runter! Dillian hat dich von ihnen geschehen. Vielen Dank, Jojo. Du hast es geschafft. Vielen Dank. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Er ist weg. Er ist in der dunklen Welt. Er ist in der dunklen Welt. Du bist in der falschen Welt. So, okay. Dann können wir da draußen nicht aufmachen. Aber was bringt uns das draußen aufzumachen? Achso, das heißt natürlich, dann können wir durch die Maske schauen. Können vielleicht von vornherein. Zu Dillian. Also da muss ich sagen, das war mir jetzt ne... Also... Ich weiß nicht, ob die Prüfung denn vorbei ist, aber die fand ich sehr angenehm. Die war jetzt nicht so nervenaufräumt. So, na denn. Jete bitte, jete mal runter, das Ding. Hopp. Was ist denn da los? Geht nicht mehr auf. Da habe ich gerade wie Twitch jemals Pokémon mit Chatsteuerung durchspielen konnte. Höh? Da bin ich raus tatsächlich. Bei Pokémon bin ich raus. So. Also schauen wir jetzt durch die Maske und können dann wahrscheinlich über die andere Brücke hoch. Und dann hoffentlich da durch. So viel zum Planen. Das ist der Plan. Das ist der Weg. Übrigens, Dave, falls du nur zuschaust, der hat mich schon hier jetzt uns von Alien Isolation besorgt. Und wie gesagt, bin ich glücklich damit. Aber ich habe sie da. Schon. So. Ist ja einfach schön, der Bitterfelder Frühling. Bielefelder Frühling. Einfach schön. Okay, hier haben wir wieder so ein... Okay, hier müssen wir die Brücke wieder perspektivisch in die Richtung richtigen. Okay, sie läuft nicht, wenn sie fokussiert. So. Treppe ist wieder ganz. Dillian. Dillian. Loki macht ein Schuss aus dem Mistlethorn. Und geht zu den Geerns als sie etwas schreien bei Baldr. Der Geer blind, Huth, war da. Loki fragt ihn, warum er nicht beendet hat. Huth sagt, ich kann nicht sehen, wo er steht. Und wenn ich ihn kann, habe ich keine Wehren. Ja, ähnlich wie die griechische Mythologie, ein Drama nach dem anderen, Alter. Ja, ja. So. Die Norden sagen, wie die Gäste zerstören Balder. Sein Körper war auf seinem Schiff, aber sie konnten es nicht auf die Seine schicken und sie für eine巨lauze zu tun. Sie kommen, um eine Wulfe zu fahren, und sie vipers für ihre Reins. Sie schickt Balder's Schiff in die Seine mit so einer Kraft, dass die Erde schickt und die Roller in die Flamme zu fliegen. So Mutti, jetzt nochmal für Jans, nur für dich und für Dave. Ich habe mir die Addons von Ayan Isolation besorgt, ja. Schrecklich, ich will nicht spielen, aber ihr zwingt mich ja dazu. Und zwar zwei Stück, wie immer, ähm, Expandible Crew und, ähm, ich glaube, Let's That Opfer oder und so weiter. Die Benen. Also die tatsächlich mit dem Film zusammenhängen. Oh, naja. So, hier haben wir wieder drei Neuronen. So, probier runter. So, ich hoffe, die sind jetzt nicht so krass. Aber ich mach mir nicht vor, es wird schlimm. So, wir gucken mal erstmal, ohne durch die Maske zu schauen, nach oben. Okay, hier haben wir eine Brücke. Und noch eine zweitige Maske, das er trägt. Wie, die ist jetzt da drüben? Wollen wir mich verarschen, oder was? Alter, wie sollen wir denn da hinkommen? So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Elben, was wir finden können. Na gut, okay, das ist noch... Verhältnis mit sie einfach. So, hier werden wir nicht reinkommen. Hier wird wahrscheinlich ein Balken vor sein. Ja. Aber man sieht halt schon, die Dunkelheld wandert immer höher. Nee. Er liest tatsächlich nicht, wie oft man Sternen darf. Ich weiß nicht. Wie oft sind wir schon gestorben? Zählt das jetzt innerhalb der Prüfung mit? Ich hoffe, doch nicht. Oh, scheiße. So, dann lass uns doch mal hier durchschauen. Oh, wir müssen hier die Akkus auffüllen. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal diese S-förmige Rune. Und hier vorne mal eine Brücke. Okay, das war... Okay. Okay, kommen wir nicht hin. Aber wir kommen jetzt hier vorne vorbei und können die Tür öffnen. Erinnerst du ihn, hinter dem Tree? Überkommen mit Grief. Stell dich wieder an die Brücke. Ich fühle mich noch ein bisschen eingeschrien, Jojo. Mit der großen Brüfte haben. So. Dann kann er ausschauen. Er wechselt hier auch noch nicht in die einzelne Rune. Also wir haben noch zwei Runen. Links und rechts. Wir stehen hier noch nicht richtig. Nein, immer noch Bederun. Ich würde tatsächlich mal erst mal die Brücke da drüben runterlassen. Vielleicht kriegen wir dadurch eine neue Perspektive und eine Ausrichtung. Lauf drüber. Ja. Das ist aber so ein bisschen schwierig irgendwie war, wenn man halt schon irgendwo die Lösung sieht und der andere, der spielt eine völlig woanders in die Tür und man einfach nur den Fernseher anschreit. Oder sonst irgendwas in den Tablet. Nein, lauf doch nach rechts. Du Pappnase. Siehst du es denn nicht? So, ich gehe mal kurz hier raus. Okay, so ist die Brücke ganz. Da ist da eine Treppe, die runter geht. Genau, richtig. Aha. Huhu. Schau mal an. Da müssen wir hin. Na, das muss andersrum sein. Das heißt, ich muss auf die andere Seite. Hm. Hm. Okay. Ja. Geht halt leider nicht. Also, wie gesagt, wir müssen auf die andere Seite. Aber das passt nicht. So, können wir eventuell, wenn wir jetzt hier durchschauen, Okay. Huhuhuhuhu. W.O.T. ist auch schon was ab. Wir haben aber auch nur beide Rohnen erstmal. Okay, was werden wir jetzt durchschauen? Oh, das ist auch der Scheiße. So, jetzt könnten wir aber hoffentlich ganz kurz mal oben durch. Eventuell. Kann auch sein, dass wir total, oder? Nee, wir können wir nicht da rüber. Und wir sind auch da nicht hingekommen. Kring der Brücke. Hm. So, das... Ach doch, warte mal, wir haben die Tür aufgemacht. Wir haben die Tür aufgemacht. Ach, Männchen. Ach, Männchen. Ach, so kommen wir da hin. Yay. Also, du gibst auf jeden Fall die richtigen Gedankenanstöße hier. So, zack. Brücke runter. Weil jetzt können wir nämlich auch wieder rüber und uns die Zeichen von der anderen Seite anschauen. Yes. Rund. Dillian 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 Echt jetzt? So, jetzt aber. Okay, waren wir an dem hier schon dran? Nö, ne? Hm? The Northmen tell how the gods punished Loki for Baldur's death. They captured him and took him to a cave. They fetched his two sons and turned one into a wolf and he ripped his brother apart. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down and turned these bonds to iron and dangled a poisonous serpent over his face so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. A reminder perhaps, that if even gods must accept death, so must we. Hm. So, eventuell hier mit den Balken und das... Oh ja, warte mal, hier stehen wir gar nicht mal schlecht. Hier stehen wir nicht schlecht. Boden? 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 So, dann schauen wir mal durch hier. Und können dieses wunderschöne Türchen öffnen. Dieses kleine, bescheidene Türchen. So. Wurde aber auch heißen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt kommen wir nicht rüber, weil die Brücke kaputt ist. Wenn ich jetzt hier durchschaue, ist das Tor hier vorne zu, ne? Von oben sind wir aber nicht runtergekommen, bin ich der Meinung. Mal ganz kurz nochmal durch. Ja. Ganz so. Wir sind von oben, wir sind nicht runtergekommen, wa? Durch irgendwas, oder? Mal kommen wir außen noch kurz lang gelaufen. Ich würde mal ganz kurz mal links und rechts noch mal umschauen. Naja, soviel dazu. Ja, das wird nix werden hier, glaub ich. Hm. Okay. Ja, ja, genau. Komm doch rüber! Ja, ja, genau. The darkness that had bound her so tightly began to unravel. You're going to fall, careful. No, she's not. She's not going to fall. She's strong. She's steady. She can do it. You can do it soon. There he is. There he is. We're going to die. Oh, ich weiß nicht. Das war's. Quickly, quicker. Quickly. No. No. Es ist deine Schuld, es ist deine Schuld, ey. Oh Mann. Oh, der ist aber ein hübscher. Es gibt keine Ahnung, was die Nacht aussieht. Die Worte schmerzen hier ein wenig als die Worte. So, wenn jemand Angst ist, dass die Worte schmerzen? So können wir sie durchführen? Aber du, die schönste Welt verletzt. Du, und nur du, können sie sehen, nur um deine Schmerzen zu sein. Oder ist das der Preis, die du bezahlt hast, für den Wettbewerb? Ein Wettbewerb, der dich so speziell in meinen Augen ist. Einfach eine andere Teil der Person, die ich weiß. Ich bin Vater Wilds, um dich zu retten, aus meiner Schmerz. Weil ich dich liebe. Aber es macht es schlimmer. Ich bin sehr entschuldig. Mötigen dich wäre zu leicht. Sie nehmen deine Erinnerungen, um dich zu retten. Sie nehmen einen von der Insel. Sie nehmen einen von mir. Schaffen wir das noch? Sie nehmen einen von mir. Sie nehmen alles, aber sie werden nicht mehr von dir. Sie nehmen alles, was du hast. Die Erinnerungen der Geist. Sie gehören zu den Gästen, nicht zu dir. Sie essen dich von der Insel. Sie wollen deine Seine töten. Sie wollen sie töten. Sie wollen sie töten. Sie wollen dein Körper. Sie wollen deine Seine. Sie wollen deine Geist. Sie wollen deine Geist. Sie werden die Gottes, aber sie sind die Geister. Ich glaube, sie werden uns nicht mehr tun. Sie wurden wir zurück. Sie werden noch nicht mehr. Aber sie sind jetzt der Geist. Sie werden nur die Außen, die wir nun der Geist. Sie können die Eier geben, die wir jetzt nicht mehr für einen Rang aus Mimir. Es gibt ja die Geist. Der Geist. Der Geist, Daniel. Du kannst uns doch sein Geist. Nur mit das Geist, kann man das Geist und den Geist aber verbreiten. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Where am I? I can't see. Can you hear me? I'm right here. Can you see me? Breathe slow. Stay still. Empty your thoughts. Tell me what you feel. A breath. Good. And there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. The others. The voices. They've gone. I'm still here. It's so quiet. It's so dark. It's okay. Listen to your own breath. I feel it rise and fall. Good. Be aware of everything you hear and feel. Let me send this guide you. Oh god, I have... I have... Is Dillion überhaupt real? Or is Dillion just a part of our personality? Oh, you must after a flammenspuckenden mega vergoldetes Schwert sein. For this... Jaja, that's also... Ja, the gott Schlechter will verdient sein. All right. So, all right. So, He-Man Schwert, Excalibur, all right in one. hatte die hansu ok also wir scheinen jetzt gerade wirklich mit blindheit geschlagen zu sein das ist echt fies ey wenn jetzt hier noch nicht mal mehr irgendwie flammen irgendwo dahin das ist schon krass es ist wahnsinnig gut hier 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 Ich habe das Wasser erreicht. Gut, das ist dein Weg. Fahne es nach dem Weg. Ich bin so sorry. Ich dachte, dass ich das alles verlassen habe. Keine Entschuldigung. Es ist nicht deine Schuld. Er war richtig. Es ist in mir drin. Er wird mir nicht verlassen. Xenor. Mein Vater. Er hat mir die schwersten kämpfe. Nicht die Sorge. Er ist kein Coward. Er hat das für mich in den Warrior Triumph. Es ist nur noch eine kämpfe. Sie können es schützen. Das ist nicht das. Du musst nicht helfen. Ich möchte. Du bist auch. Und du bist ein großer Warrior. Du bist ein großer Warrior. Du musst dich nicht mehr. Okay. Ich werde mein Best. Ich weiß, was du denken. Es ist nicht wirklich du. Es ist nicht wirklich du. Ich weiß, was du denken. Es ist ein Toter macht. Es scheint, dass es kein Vergangenheit in diesem Ort ist. Aber... Und... Und so hat sie gefordert, dich zu leben. Was ist... Krass, wie jetzt schärfer werden, der Sinne simuliert wird. Am Anfang konnte sie gar nichts sehen. Jetzt kann sie auch schon relativ weit sehen. Das ist schon cool gemacht. Ich weiß, was diesen Ort ist. aus. Einfach mal ins Dunkel springen, wunderbar. Oh nein, oh nein. So, wo ist mein Bewegungsmelder? Nein! Echt? Ketten? Alter, das Schlimme ist, du siehst die Ketten hier nicht. So, wo ist mein Spinn, wenn man ihn braucht? Nein, hier ist keine Tür. Scheiße. Oh ok, ich darf ihm auf jeden Fall nicht zu nahe kommen. Es ist nicht folgendes. Lass es hinter uns und schau dich vor uns. Oh nein, noch so ein Vieh. Oh nein. Es sind zwei, ach komm, hör doch auf ey. Es... Na klar. Drei. 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 so an, als hätte ich hier irgendwie die Oberhand. Ach komm, hör da auf. Oh nein. Na? So. There's a well. Don't turn back. You're getting close. Nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Hm. Okay. Hm. Moment. Okay, doch der Brunnen, ja? Alter, wirkt doch... Ey, wenn du nichts siehst, ey. Oh nein. 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 Oh nee, möchte ich gar nicht. Help me. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, lass mich raten. Direkter Weg ist scheiße. Okay, los. Oh Gott. Oh nein. Schön cool, bleiben Sie nur, ja. Oh, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Oh Gott. Oh, was? Oh, so Käse, Käsefüße kitzeln. Oh. Oh. I can see a light. Yes. I can see you too. I will do it. I will do it. Oh. Ich brauche nochmal. Oh, wir aufstehen. Das ist eine Konferenz. Keine. Hm. So, Dillian, wenn du da jetzt am Ende nicht wartest, Alter, ist hier aber was los. Untertitelung des ZDF, 2020